Ein Scrum Master ist für die Sicherstellung der Scrum Methodik verantwortlich. Ein Scrum besteht aus mehreren Teammitgliedern, von denen der Scrum Master der Leiter ist. Scrum ist eine effektive Möglichkeit, Projekte mit einem Team anzugehen. Die gemeinsamen Teilnehmer innerhalb eines Scrums werden auch als Scrum Team oder Entwicklungsteam bezeichnet. Kurz gesagt, wir können Scrum am besten als eine Methode beschreiben, um Projekte schnell und effektiv zu realisieren. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um komplexe Veränderungen, die vom Scrum Team effektiv und flexibel angegangen werden müssen. Die verschiedenen Scrum-Mitglieder innerhalb des Scrum Teams liefern jeweils ihr Teilprodukt während der Scrum Meetings, die regelmäßig unter Anleitung des Scrum Masters stattfinden. Ein Scrum Team besteht in der Regel aus einem Product Owner, dem Entwicklungsteam und dem Scrum Master. Als Scrum Master sind sie daher für die Leitung des Scrum Teams verantwortlich, um Projekte richtig steuern zu können. Es ist nicht so, dass Scrum Master automatisch als Projektleiter angesehen werden können. In vielen Fällen ist der Scrum Master ein Projektmitarbeiter, der im Auftrag des Projektleiters arbeitet. Es ist auch nicht so, dass Scrum Master letztlich für Projekte verantwortlich sind. Es ist der Projektleiter, der die Verantwortung für den erfolgreichen Abschluss von Projekten trägt. Ein Projektleiter wendet die Scrum Methodik an, um effektiv an Projekten arbeiten zu können. Als Scrum Master agieren sie als Supervisor innerhalb des Scrum Teams, sodass alle Scrum-Mitglieder nach der richtigen Scrum Methodik arbeiten. Ein Scrum Master kann auch als Moderator gesehen werden. Ein Facilitator ist dafür verantwortlich, klare, periphere Bedingungen zu schaffen, damit Veränderungsprozesse richtig eingesetzt werden können. Ein Blatt ist für den Sieg, wegrunnen Sieg, um das Klima und Schrum-Mitglieder zu treffen. 10 Jahre alt kohleren Sieg, wir sehen uns vor dem Sieg, dass Sieg, wenn Sieg, wenn Sieg, wenn Sieg, wenn Sieg, wenn Sieg, wenn Sieg. Untertitelung des ZDF, 2020